Hallo und herzlich willkommen im Videopodcast Verbindung von Omana. Hier dreht sich alles um Bindungstrauma und Beziehungen. Heute mit mir, Omer Schonfeld, psychologischer Psychotherapeut. Und heute möchte ich mit dir über ein sehr wichtiges Thema sprechen. Das Thema ist, wie kannst du deinen Bindungstil auch verändern? Wie kann man das auch machen? Und ich werde dir erklären, was sind die Bindungsstile, die es gibt, woher sie kommen. Ich gebe dir auch Tipps, um zu verstehen, welchen Bindungsstil du hast. Weil jede Person hat eine Art Bindungsstil. Und ich werde dir fünf konkrete Schritte auch zeigen, wie du immer mehr in Richtung sichere Bindung gehen kannst. Erstmal, was ist überhaupt ein Bindungsstil? Du kannst dir vorstellen, dass ein Baby wird geboren und das Baby hat ganz viele Bedürfnisse. Manchmal braucht das Baby Ernährung, Wärme, Körperkontakt und, und, und. Und das Baby ist total ausgeliefert. Das Baby und später ein Kind braucht die Hauptbezugspersonen oder die Eltern, die ihm das geben, was das Kind braucht. Und wenn zum Beispiel ein Baby schreit, weil es gerade Hunger hat und das Essen kommt, dann lernt das Baby, aha, die Welt ist sicher. Und ich werde gesehen, ich bin wichtig. Und das ist ein Beispiel. Und du kannst dir vorstellen, dass so ein Baby, es gibt in dem Leben Tausende, wenn nicht Zehntausende von solchen Momente, wo bestimmte Bedürfnisse da sind. Manchmal hat das Baby ein Bedürfnis nach Kontakt, aber manchmal ist es auch zu viel Kontakt. Und dann das Kind oder das Baby braucht Ruhe. Und je nachdem, wie das Kind oder Baby die Erfahrung macht, meine Bedürfnisse werden gesehen, ernst genommen, erfüllt, so entwickelt sich auch das Kind ein Bindungsstil. Es gibt grob zwei Arten von Bindungsstilen, die du dir vorstellen kannst. Die erste ist ein sicheres Bindungsstil. Das heißt, oft hat das Kind die Erfahrung gemacht, ich habe das bekommen, was ich gebraucht habe. Wichtig ist zu verstehen, dass es nicht so entweder ansicher oder unsicher ist. Es ist, du kannst dir das besser vorstellen, wie so ein Kontinuum. Und man bewegt sich irgendwo auf dieses Kontinuum. Es ist nicht, dass es, man hat 100% nur einen sicheren Bindungsstil. Es kann auch sein, ein bisschen, ja ein bisschen hauptsächlich sicher, aber auch kann ein bisschen auch unsicher sein. Irgendwo in der Psychologie hat man so einen Cut-off, so einen Wert gemacht und das, und dann sagt man, ab diesem Zeitpunkt ist das eine sichere oder eine unsichere. Aber es ist letztendlich eher um das Verständnis gedacht. Für dich, du hast diese sichere und dann die unsichere. Bei dem unsicheren Bindungsstil, das Kind, es gab Defizite. Es gibt immer Defizite, aber die Frage ist, wie viele Defizite gab es? Und unter dem unsicheren Bindungsstil, es gibt zwei beziehungsweise drei Subkategorien. Die eine ist eher unsicher vermeidend, bei dem Kind oder später auch eine Person, ich rede ja am besten von erwachsenen Menschen, weil irgendwann diese Kinder werden auch Erwachsenen, und diese Bindungsstile, die sie in der Kindheit erlebt haben, nehmen sie auch immer mit. Und das beeinflusst auch das Verhalten, das die Erwachsene später auch hat, in Beziehungen. Und ich werde mich auch ein bisschen mehr darauf fokussieren, auf das Thema von, wie ist das in Beziehungen, weil letztendlich geht es hier auch um Beziehungen. Wir haben den unsicher vermeidend, du kannst es auch für dich ein bisschen übersetzen in Bindungsangst. Dieser Typ hat Schwierigkeit wirklich, sich einzulassen auf die Beziehung, distanziert sich, hat Schwierigkeit mit Intimität, Vertrauen, Nähe, es kommt oft Kritik, man möchte es nicht wirklich eine Beziehung nennen, weil oft was passiert ist, für das Kind, die Bedürfnisse würden nicht oft genug erfüllt. Und dann, diese Person hat gelernt, selbstständig zu sein und die eigenen Bedürfnisse alleine zu erfüllen. Und dann als Erwachsene, man möchte auch nicht wirklich in diese Abhängigkeit kommen, diese Verletzlichkeit von anderen Menschen. Deswegen, diese Unsicher vermeidend, lernt, nein, ich brauche niemanden, ich schaffe es alleine, was auf eine Art auch positiv sein kann, aber es kommt eher aus einem Mangel. Einem Mangel, der dazu führt, dass die Person wirklich Angst hat, sich wirklich einzulassen auf andere Menschen. Und deswegen sucht sie immer eher nach Abstand, emotional oder physisch in Beziehungen. Dann, es gibt die unsichere Ambivalent, da gibt es eine starke Angst, abgelehnt zu werden. Diese Personen klammern oft an die Beziehungen, sie haben Angst, verlassen zu werden, kontrollieren das Verhalten, schauen, hey, lebst du mich wirklich? Das ist oft in Beziehungen. Bei diesen Menschen in der Kindheit, oft hatten sie widersprüchliche Erfahrungen mit ihren Eltern gemacht. Das heißt, mal waren die Eltern sehr lieb und es konnte wie eine sichere Ambindung sein, aber mal waren sie plötzlich sehr gestresst oder sie waren nicht da für die. Und diese widersprüchlichen Verhaltenweisen haben dazu geführt, dass diese Menschen unsicher sind im Kontakt. Und deswegen, sie klammern, weil sie nicht wissen, ob die Person dann wirklich nochmal kommt oder nicht. Deswegen klammern sie, aus Angst wirklich dann für immer verlassen zu werden. Das ist deren Strategie. Bei der Verbindungsangst oder Vermeidend, es ist eher so, dass sie gar nicht wirklich einlassen auf den Kontakt, auf die Intimität. Und dann, der dritte Teil von der Unsicherheit ist eher so, disorganisiert. Und du kannst dir vorstellen, dass bei der Disorganisiert, es ist wirklich schon sehr traumatische Kindheit oft. Die Älteren waren sehr traumatisiert und bei Disorganisiert. Es gibt auch einen Wechsel zwischen Bindungs- und Verlustangst oder zwischen Vermeidend und Ambivalent. Mal ist es so, mal ist es so. Und es ist für alle Menschen wirklich sehr anstrengend, weil man möchte eine Person in der Nähe, dann schiebt die Person zurück. Dann ist es schön, aber es ist nicht schön. Es ist wirklich sehr oft sehr dramatisch, kann auch ein bisschen Richtung Borderline gehen, weil Borderline ist auch immer ein Bindungstrauma im Hintergrund. Ja, und diese Art von Bindung, die man mit den Eltern erlebt hat, hat einfach einen starken, extrem Einfluss auf unser Leben als Erwachsenen. Weil letztendlich, wir gehen alle durch die Welt und wir nehmen es nicht nur wahr. Man denkt, ich habe nur Augen und ich nehme nur Sachen wahr. Allerdings, wir konstruieren alle unsere Realität. Wir konstruieren Erfahrungen, weil wie wir etwas interpretieren, ist viel wichtiger als das Ereignis selbst. Es ist so wichtig zu verstehen. Wir haben alle eine Art Brille und diese Brille nehmen auf, aber wir projizieren auch ganz viel. Wenn man zum Beispiel als Kind sehr viel Unsicherheit und Gewalt erlebt hat, dann würde diese Person überall durch die Welt gehen und überall auch Gefahr sehen. Auch wenn nicht unbedingt Gefahr da ist und das ist manchmal die Herausforderung, das zu unterscheiden. Aber dazu komme ich noch mal später bei den Schlüsseln, wie du das auch verändern kannst. Aber wie du merkst, es hat viel mit den Erfahrungen, die man mit seinen Eltern hatte. Wenn es dann Trauma da gab, Trennung, Unfall, Tod. Es konnte sein, dass es nicht genug Empathie gab durch die Eltern. All das kann auch das Bindungstil beeinflussen, ob es mehr Richtung sicher oder unsicher geht. Es kann auch sein, dass wenn die Eltern eine Art so Helikoptereltern waren und haben das Kind nicht das Gefühl gegeben, ich vertraue dir, genau das kann auch das Kind das Gefühl geben, ich kann mir selbst auch nicht vertrauen. Oder die Welt ist gefährlich. Die Welt ist unsicher und deswegen, ich muss auch immer aufpassen und ich kann mich nicht wirklich auch einlassen auf Beziehungen. Beziehungsweise ich habe immer Angst, verlassen zu werden, weil ich habe verstanden durch meine Mutter, zum Beispiel, wenn sie so Helikopter war, dass es gefährlich sein kann. Und jetzt komme ich zu den Punkten, wie du das auch verändern kannst. Erstmal, der erste Schritt ist zu verstehen, welche Bindungsmuster, welche Bindungstile habe ich überhaupt. Weil wenn ich nicht weiß, welche Bindungstile ich habe, ich kann gar nicht wirklich verstehen, wie komme ich davon raus. Ich brauche diese Erklärung, um zu wissen, wie komme ich raus. Also wenn ich eine Karte habe und auch wenn ich auf der Karte sehen kann, in welche Richtung es geht, aber wenn ich nicht weiß, wo ich auf der Karte stehe, dann kann ich auch den Weg davon nicht rausfinden, auch wenn ich eine Karte habe. Deswegen, ich habe nochmal zusammengefasst, wie es ist und du kannst dir für dich überlegen, ja, wie ist es bei dir, welche Bindungsmuster hattest du und wirklich reflektieren über auch deine Kindheit. Wir können auch hier in den Shownotes nochmal, wir haben auch einen Test kreiert, wo du auch die Info, es gibt so ein Fragebögen und dann, wenn du das beantwortet hast, du bekommst das Ergebnis, was für einen Bindungsstil du hast. Also das ist ganz wichtig, diese Reflexion über mich selbst, über meine Vergangenheit, wie war die Beziehung zwischen mir und meiner Mutter, wie war die Beziehung zwischen mir und meinem Vater, wie war die Beziehung zwischen meinen Eltern. Oft, dieser Dreieck ist wesentlich und wesentlich auch zu deinem Bindungsstil, aber auch zu deinen Erfahrungen mit Beziehungen. Und oft, wahrscheinlich erlebst du auch ähnliche Mustern mit Partnerschaften auch später. Deswegen ist es so wichtig, sich selbst wirklich zu reflektieren, diese Selbsterfahrung zu machen, wirklich zu schauen, ja, wie war das eigentlich wirklich bei mir früher. Das ist extrem, extrem wichtig. Das ist diese Know Thyself, also wirklich lerne dich selbst wirklich kennen. Der zweite Schritt ist, finde es auch zu dir. Lerne es mit dir selbst, wie ein guter Freund umzugehen oder Freundin. Es geht um Akzeptanz von dir selbst. Es geht hier nicht um, ich muss mich verändern, um das und das und das dann werde ich mich akzeptieren. Weil du kannst dir vorstellen, wenn es dir schwerfällt, dich selbst zu akzeptieren, wahrscheinlich hast du auch in der Kindheit sowas erlebt, dass andere Menschen dich auch nicht so wirklich akzeptiert haben. Und diese äußere Stimme, was du gehört hast, was du erlebt hast, hat dazu geführt, dass du auch heute mit dir selbst so umgehst. Und das macht es auch so schwierig zu verändern. Und gleichzeitig versuche wirklich kleine Schritte zu machen. Achte auf deine Körperpflege. Schau, dass du genug Wasser hast. Wie ernährst du dich? Auch wirklich solche banalen Sachen haben einen Einfluss, weil sie beeinflussen auch, wie du auch dich selbst wahrnimmst. Und ein guter Glaubenssatz oder Einstellungssatz kann sein, ich bin auch liebenswert. Weil jede Person ist liebenswert. Und wenn du dich selbst nicht so sehen kannst, das hat bestimmt etwas mit deiner Kindheit zu tun. Allerdings stell dir vor, du würdest einen Film sehen. Und in dem Film würdest du ein Kind sehen, das genau das Gleiche erlebt hat, was du als Kind erlebt hast. Und du würdest aber vom Außen das sehen. Die Eltern tragen immer die Verantwortung für das Kind. Und wenn das Kind etwas nicht bekommt, es ist eigentlich immer die Verantwortung von den Eltern. Allerdings sehr oft das Kind, um das Gefühl von Kontrolle zu bekommen, das Kind lernt oder sagt sich selbst, es hat bestimmt mit mir etwas zu tun. Wenn meine Eltern nicht da sind, wenn sie mich schlagen oder emotional für mich da sein können, es hat bestimmt mit mir etwas zu tun. Weil das gibt das Kind ein Gefühl von Kontrolle. Und Kontrolle ist immer besser als Ohnmacht. Sehr oft Kinder denken, ja, wenn die Eltern sich getrennt haben, es hat bestimmt mit mir etwas zu tun. Aber stell dir vor, du siehst das als Zuschauer in dem Film. Ich kann mir sehr gut vorstellen, du würdest viel mehr Wut auf die Eltern haben, als als das Kind. Das Kind ist unschuldig. Und du bist auch unschuldig gewesen. Natürlich kann man auch theoretisch das Gleiche sehen. Wahrscheinlich die Kindheit von deinen Eltern war auch nicht so einfach. Wenn man sie als Kinder sieht, oft kommt das transgenerational. Aber gerade ist es nicht so wichtig. Wichtig ist, dass du es verstehst, es hat nicht unbedingt mit dir etwas zu tun. Und die Einladung ist, fake it till you make it. Lerne wirklich dir selbst, wie ein guter Freund umzugehen. Und wenn du Selbstliebe praktizieren möchtest, wie würdest du mit einer Person umgehen, die du liebst? Ja, also was, wenn du verliebt bist, dann wie verhältst du dich mit der Person? Dann bist du nett, du gibst Komplimente, du bist liebevoll. Und versuche ein bisschen mehr so mit dir selbst zu sein. Sei ein bisschen mehr mitfühlend, statt selbstkritisch. Und mach das wirklich in kleinen Schritten. Und wenn es nicht so geht, dann ist es auch völlig okay. Der Weg muss nicht linear sein. Es geht nicht so. Es geht mal so, mal so, mal so. Es ist dynamisch. Wichtig ist die Richtung. Welche Richtung du läufst. Und auch wenn du mal drei Schritte nach hinten gemacht hast, heute ist immer ein neuer Tag, wo du nach vorne gehen kannst. Es kann auch sehr hilfreich sein, dich selbst zu fragen, ja, wie geht es mir gerade? Was sind meine Bedürfnisse? Das passt zu beiden Schritten. Schritt drei. Lerne auch alleine zu sein. Und alleine dich wohl zu fühlen. Also oft Menschen glauben, ach, ich habe das so in Filmen gesehen, ich bin so wie so ein halber Kreis und wenn ich meinen halben, anderen halben Kreis finde, dann werde ich komplett. Das finde ich, das ist Quatsch. Du bist komplett. Du hast alles, was du brauchst. Du brauchst niemanden, um wohl zu sein, um komplett zu sein. Das ist nur eine Idee. Du hast wirklich alles, was du brauchst. Weil ein halber Kreis kann nicht alleine gut sein. Aber wenn eine Person im Kreis mit dir selbst ist und die andere auch, dann zusammen machen sie diese Unendlichkeit. Das heißt, lerne auch, einen Kreis mit dir selbst zu sein. Schaue, was machst du gerne. Habe auch Dates mit dir selbst. Nimm Zeit für dich selbst in deinem Kalender. Liebe wird sehr oft durch Verhalten gezeigt. Und geh mit dir selbst so um, als ob du wirklich dich selbst auch schon liebst. Und genieße auch Zeit alleine. Und wenn du gerade nicht in einer Partnerschaft bist, dann ist es völlig okay. Du bist immer mit dir selbst in einer Partnerschaft. Schritt vier ist Kommunikation. Ich habe davor gesagt, es ist wichtig zu verstehen, welche Bedürfnisse du hast, welche Grenzen du hast. Wann ist etwas zu viel? Und dann geht es darum, das auch zu kommunizieren. Das ist deine Verantwortung. Deine Bedürfnisse und deine Grenzen zu kommunizieren. Und versuche es immer aus der Ich-Perspektive zu machen. Nimm auch Verantwortung für deine Gefühle und deine Bedürfnisse. Statt zu sagen, hey, du machst mich wütend. Nein, ich fühle mich gerade wütend. Gerade habe ich das und das wahrgenommen und das macht mich gerade wütend. Und spiele auch mit offenen Karten. Wenn du an Bindungsangst oder an Verlustangst leidest, rede gerne darüber mit der Person. Es ist gut, dich zu zeigen. Und da komme ich zum Schritt 5 und der Schritt heißt, mach dich auch mit der Angst befreundet. Also befreunde dich mit der Angst. Die Angst ist nicht da gegen dich. Die Angst letztendlich will dich schützen. und gleichzeitig oft ist die Angst zu viel. Und wenn etwas zu viel ist, dann kommt es auch nicht mehr im Gleichgewicht. Also die Angst darf da sein und gleichzeitig es gibt zwei Arten von Menschen. Die einen haben Angst und die anderen haben auch Angst. Das heißt, auch wenn du Angst hast, du kannst dann weglaufen oder du kannst mit der Angst reingehen und trotzdem die Angst zeigen und dann die Angst konfrontieren und dann sehr oft verliert die Angst ihre Macht über dich. Die Angst hat viel mehr Macht über dich, solange du davor wegläufst. Auch in der Therapie die beste Art mit Angst umzugehen ist die Angst zu konfrontieren. Und noch ein Bonusschritt ist, suche dir auch eine therapeutische Beziehung. Therapeut, Therapeutin, Coach, Coaching, weil diese Bindungsthemen sind durch Menschen entstanden, die Wunden in dir, sind durch Menschen entstanden und es kann auch mit einer anderen Person viel besser heilen. Also ich habe auch selbst darunter gelitten unter Bindungsangst und hatte auch meine Therapie und ich bin immer noch ab und zu bei meinem Therapeuten und das hat mir sehr geholfen, meinen Bindungsstil auch zu verändern, zu viel mehr sicheren. Und heute bin ich auch in einer langen erfüllten Beziehung, was früher für mich einfach unmöglich war. Ich war nicht in der Lage, mich einzulassen auf die Beziehung. Das heißt, es ist möglich. Kleine Schritte, fang irgendwo an, sei bitte nicht so streng mit dir selbst, macht es ein bisschen spielerisch, auch wenn es nicht so gut läuft, ist auch völlig okay. Genieße es, lerne es auch Zeit mit dir selbst zu genießen. Frage dich auch, würde ich gerne mit mir selbst in einer Beziehung sein? Das ist eine ganz gute Frage. Und dann, was kann ich noch ein bisschen modifizieren an mir selbst, damit ich noch für mich selbst angenehmer wäre? Ja, das sind die Schritte. Du kannst sehr gerne nochmal schauen auf das Video, auf die Beschreibung, da haben wir ein paar Tests für dich und auch noch ein kleines Workbook zum Thema Arbeit mit dem inneren Kind, was sehr hilfreich sein kann. Das machen wir auch sehr oft auf unseren Retreats, arbeiten mit dem inneren Kind und auch im Körperkontakt. Und wenn das Video dir gefallen hat, du kannst sehr gerne das Video liken oder teilen. Das freut uns sehr. Und wenn du kein Video mehr von uns verpassen möchtest, dann abonniere sehr gerne unseren Kanal. Ja, und ich danke dir herzlich für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass du etwas mitnehmen kannst auf dem Video, dass du wirklich konkrete Schritte hast, was du auch verändern kannst. Und wenn es dir etwas schwer fällt, schreib gerne in die Kommentare und ich werde darauf auch eingehen. Und ja, erzähl gerne, wo stehst du gerade auf diesem Weg? Dann, ich wünsche dir eine tolle Zeit mit dir selbst. Schön, dass es dich gibt. Und mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.